Moin Moin Oli, Wuski, euer Benni wieder am Start mit einer weiteren Folge... Hofbettmann Reloaded! Joa... So allein geht's, ne? Mal schauen, ob das in dieser Folge alles fertig kriegt. Ich brauch halt diesmal nicht vom Hof hier erfahren, dass sich schon mal ein bisschen Zeit ersparen ist. Boah, und das wird jetzt noch nicht vom Hof. Als nächstes werde ich jetzt zwölf vom Hof bauen. Genau, zwölf. Guter Wann? Dann werde ich jetzt mal wieder vom Hof bauen, das werde ich jetzt mal sehen. Und das war ein Problem. Drei Mal schauen, ich weiß nicht, wie es ist. Wann ist das Kind noch nicht so gut? Und jetzt habe ich jetzt mal eine Frage zu... ... für die Linke vorbeigehen. Du musst die Linke vorbeigehen. Und zwar nicht so gut, ob wir jetzt hier zu tun, es war keine Ingenieur nicht so gut. Wir hatten die Linke vorbeige, oder? So. So. Noch machen wir nochmal hier. So. Andy und die Töne. So. So. Nein, ich hatte echt... Den Monitoring, ob ich das einst... Das ist nicht so gut. Na ja, dann die Rondungen weiter machen gehen. Das ist auch so gut. Das ist gut. Ja, wenn ich mich hier das mal gucken hier habe ich hier für die Fälle Leute, was habt ihr wochen davor? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Ich werde mit Kollegen treffen Ich bin wahrscheinlich schön Ich bin schon an Ich muss noch mit den beiden ein bisschen zocken Ich muss noch auf Blüm gucken wo die, die Kinder, die Kollegen haben Den wir machen, tief in tief Genau Ich zeige mir mal fünf Hier Ja, ich hätte mir mal das Glücksfass gespürt. Ah ja, Güllehandel. Das ist jetzt ja auch ein Glöbelerat. Oh. Oh, das ist ein Gas, das ist ein Gas. Das ist ein Gas. Das ist ein Gas. Das es ist ein Gas. Ich nehme das Gas. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich bin wieder dran. Hat mich länger gedauert, die Sitzung auf dem Toilette. So, weiter, ne? Oh, sorry für die Berechnung. Aber so machen wir weiter. Uh, noch mal einen Tee trinken. So lassen wir mal noch. Johnny, Johnny. 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 Johnny, Johnny. Zack, auch das Ding. Für alle, die es nicht wissen, ich spiele immer noch mit der Tastatur, ich hatte keinen Bock mein Lenkrad jetzt anzuschießen, deswegen raus, Tastatur, oder überschiebend, Tastatur. Schön, 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 aber da läuft der Johnny, der Nagel neu aus der Fabrik gekommen, gleich in den Einsatz und das Ding, das läuft und läuft, aber, was wir festgestellt haben, ne, der Hotze, hier zwischen, wo es noch ein Punkt ist, das Teil, dieser Holzen, würde normalerweise machen, da rein, genau da in der Mitte, des Reifels, aber naja, falls der Monter dieses Video sieht, kann er das ja vielleicht behoben, aber sonst, so optisch aus, von außen, stimmt und das auf jeden Fall nicht, also, Top 10 Kunde, Tractor, Tractor, vielleicht muss ich den mal updaten, ich weiß gar nicht, ob ich den das letzte Mal, abgedatet habe, auf jeden Fall die Johnny Dinger, Alter, ich hoffe, ich hab noch was verhessen, hm, Plan steigen, hm, so, hoch da rein, aber Moment, aber ich schau jetzt in dieser Folge, aber für zwölf, das sollte ich eigentlich in einer Folge schaffen, das Ganze komplett verhoben, aber dann schon nur wieder hochfahren und dann nicht verhoben. oh nein, oh nein, oh nein, Was ist das? Ach, schüt' auf! Schüt' mit Händen! Schüt! Schüt! Sollte Ja, 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 ja. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Das ist hier aber auch immer nicht so gut. Das ist wirklich gut. Ok, ich kann hier noch viel mehr machen, das ist nicht schlecht. Mal gucken was die anderen machen. Sonst, außer diesen Pilella mit der Achse, ich finde den Journey hier richtig gut. Woh, 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 woh. Okay. Viel habe ich auf jeden Fall nicht mehr, ach, ich fühle eigentlich schon wieder zu übernommen. Die, 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 die. Dann würden sie mal zwei Folgen noch mitgekommen. Da rein, beinahe. Ich bin auf jeden Fall in der Fliege. Dann konnte ich noch meinen Träger zum Hochfahren. Hier fahrt er dann noch mal hin. Zurück. Zurück hin. Der alte, die das ist auf dem Hoch. Schau, das ist ja wieder voll. Glück vielleicht. Oder wir überziehen die Folgen ein bisschen. Das ist eine leere Zeit. Können wir auch machen. Tja, kein Problem. Ich ja alles. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Ich bin der letzte Zeit. Ich bin der letzte Zeit. Ich bin der letzte Zeit. Vielen Dank. So, jetzt alles fängt nicht mehr. Boah, das fängt ein bisschen gut aus dem Fängt. Ich habe nicht seitdem noch Abgewicht genommen, das finde ich besser. Doch, ob ich wieder nicht besser aus. Ich stelle uns nicht weiter mit dem Konto. Ich mache schon auf dem Konto, hier. Das ist das. 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 wijschen. Das ist das. Oh Leute, dann frage ich den schon mal, ob er vielleicht zu löst, der Träger. Könntest du mal vor noch hier unten gehen? Mhm. Das ist gut, der warst doch schon verdient von hier. So, beginntun wieder hier, in der nächsten Folge. Hallo Leute, das war's denn für diese Folge. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem fetten Daumen oben. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Im Dienstsinn würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ein schönes Wochenende. So. Bis null, bis denn. Holger Benni auf dem Kanal, King Bauer. Tschutu.